So könnte euer nächstes Festtags-Party-Menü aussehen mit verschiedenen Dips wie Tzatziki oder Plusketta, mit verschiedenen Snacks und dazu ein Braten aus der hohen Rippe, angebraten, mariniert und dann in dem Ofen fertig gegart. Den Braten findet ihr natürlich bei Your Beef und mit unserem Rabattcode bekommt ihr noch zusätzlich 10%. Wir haben das Ganze dann eingewickelt in Butcher-Papier und in eine Auflaufform gegeben. Dort wird es dann im Ofen bei 100 Grad circa 6 Stunden lang gegart. Am besten ihr habt einen Fleischthermometer. Dazu gibt es verschiedene Salate wie American Coal Slaw, Caprese-Nudelsalat, dann hatten wir noch einen Brokkoli-Blumenkohl-Salat und eine Couscous-Mischung. Alle Rezepte findet ihr bei uns natürlich auf der Homepage. Alles nochmal zum Nachlesen. Den Braten dann dünn aufschneiden, gut portionierbar. Und dann noch den Saft ein bisschen drüber und dann kann es auch schon losgehen. Und zwar kann es jeder nach Wunsch belegen in einem tollen Baguette-Brötchen mit Käsesauce, saure Gurgeln, Zwiebeln oder Peperoni. So hat jeder Spaß und es schmeckt mega lecker. Bis pastoratiro! Bis zum nächsten Mal!